Was können wir, Leute? Herzlich willkommen zu meiner allerersten Runde Wondel Battle Royale zusammen mit Ryrex und Aimbrood. Wir haben, oh sorry, sorry, wir haben das allererste Mal jetzt das Game gestartet und werden den Battle Royale-Modus ausprobieren. Ich habe natürlich sofort reingecached bei diesem geilen Game, um Starlight zu kaufen. Angeblich wurden alle Waffen überarbeitet. Temp, wie gibt es jetzt, ich bin gespannt, wie es wird, neuer Gulag, Edkracht, Motto des Tages, rein, lasst es werten, kostet das Abo da, ihr seid geil. Ich bin wieder wie ein Stein gefallen, glaube ich. Ja, ich auch. Ist der fix noch nicht da? Der fix ist noch nicht da. Es gibt Festungen. Es gibt Festungen. Ja, wir haben auch einen Gulag jetzt, ne? Es gibt Festungen und einen Gulag. Ja, und der Bug ist leider immer noch nicht behoben mit dem verfickten Runterpflegen. Geiler, Alter. Ey, ja, demonetarisiert, na schade, kein Geld. Ach so, Anker drunter. Oh, scheiße. Hast du Temp, wie? Ich hab irgendeine Drohne, aber die sieht anders aus. Leider nicht Temp. Ich spiel, by the way, Draufsicht und konnten alle Geist-Spieler. Das ist stark. Oh, oh, Gegner, Torst. Ich bin tot, 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 tot. Ich will Finisher geben. Blackside? Blackside? Ich will Blackside machen. Oh, hier sind alle Gegner angezeichnet. Wie geil ist das, bitte? Es gibt keine Blackside. Das ist keine Blackside. Den schick ich schon mal ins neue One-Day-Gulag. Let's go. Oh, ja. Keine Zwischensendung. Ich bin tot, glaub ich. Hinter dir, Max. Hinter dir, Max. Ab ihn. Dieser wurde genervt. Er ist immer nur für... Sehr krass. Wohin auf den Dach. Hab Temp. Alter. Setz gleich direkt ein. Neue Kraft. Was passiert? Ich hab irgendeine Spritze. Warte, warte, setz noch nicht ein. Warte, warte, warte. Laseraugen. Laseraugen. Nein. Ich will auch Temp. Aber ich muss sie halt aktivieren dann nochmal, ne? Echt? Druck ist zu entfesseln, ja, ja. Warte. Setz einfach mal ein, setz einfach mal ein. Okay, okay, ich setz sie an die ein. Ja, wir, ja, ja. Lol, das ist Third Person einfach, hä? Und vorbei. Oh, sie ist aber... Sie ist aber weg. Die lädt sich nicht auf. Ist das geisteskrank. Und alles leckt. Aber es soll nicht One Hand sein, hab ich gehört. Ich hab Temp wie? Ich hab Temp wie? Warte. Ja, warte, warte, komm mal her. Ich spitz mich. Ich hab elektrische Entladung bereit. Warte. Ich hab die, glaub ich, von Starlight. Warte. Okay, mach an. Was tut denn eigentlich? Ah ja, das ist das EMP, ne? EMP, ja. Wie oft hast du das? Wie oft hast du das? Viermal, viermal, viermal. Okay. Hier nochmal, Temp. Hier, für dich, für dich. Hier, für dich, für dich. Kann man das kaufen? Nee, das ist ja über selten Temp wie. Also, das wird ja gar keinen Impact nehmen. Ich glaub, das findet auch nur einer vor oben. Hier, hier ist übrigens die, äh, die, ähm... Ich hab wieder Temp wie, ich bin noch alt, GDW. Du hast, er hat wieder Temp wie, Chef. Warte, ich will diesen Schwung haben. Wollen wir den Blacksack machen? Warte, warte, guck mich an, guck mich an. Lass mal hier die Drohne ziehen. Guck mich an, guck mich an. Ach nee, kann ja nur einer benutzen. Oh, hä? Wo fliegst du? Ja, ich... Was macht die Drohne? Was macht die da unten? Was passiert denn? Eine fliegt an der Relist um hier. Hol' mir mal bitte Platten. Nicht mehr Warzone, sondern was... Hey, warte, 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 ich kann fünf Platten tragen. Ist das was? Ist doch geil. Ich hab sechs Platten. Kann ich mir Platten kaufen, bitte? Ich hab keine Platten. Ach so, hier. Hier Platten. Also, ich will nur kurz festhalten, auf dieser Area hier hatten wir jetzt viermal Temp wie. Naja, genauso wie ich es erwartet habe. Ja, ich freu mich. Das wird super, aber das EMP ist schon geil zum Puschen auch. Ich glaub, Laseraugen werden nicht so wirklich einen Effekt haben. Der Links neben uns macht irgendwer auch... Ich will diesen Sprung haben. Ja, ne? Ist es bei euch auch so geisteskrank am Ruckeln? Ja, bei mir auch. Das hab ich mir auch schon da. Haben sie wieder richtig gut gemacht. Zumindest sind ab dem wieder alles kaputt. Ich hab 250 FPS und es ruckelt. Guck mal, man sieht jetzt hier ein Temp wie auf der Map, kann das sein? Das heißt, dass es eingelöst wurde, glaub ich, oder? Kann das sein? Was ist das denn? Ah, ich hab die Sanitäterbeste. Ich kann euch jetzt schneller reviven, glaub ich. Was ist das? Was hast du? Ey, ey, man muss schießen. Er hat mich getroffen. Ich wurde geimpiert. Ich schieß die ganze Zeit. Hab hier einen? Er hat da oben ne Flagge am... Hä? Was passiert hier? Oh. Hawaii hat Ken B. Der hat zweier bisschen getroffen. Ich hab elektrische Entladung. Aha. Ich hab die ganze Zeit, ich hab ein richtiges Flachenproblem die ganze Zeit. Wir treten ne Flagge, was hat der da? Warum hat der ne Flagge? Warte, verhören. Warum hast du ne Flagge? Hä? Was ist denn diese Flagge? Drei flatten Tarnweste. Ah, most wanted. Jetzt hab ich Geist. Ach, das... Also, man hat jetzt... Oh, sorry. War angekündigt und jetzt reingefälscht, okay? Man hat hier jetzt Sanitäter. Damit kannst du, glaub ich, deine Teammates schneller reviven. Und das, was ich jetzt ausgerüstet habe, ist Geist. Kommt mal hin, Jungs, kommt mal hin. Kommt mal hin. Ich hab was für euch. Hast du das echt jetzt nochmal gefunden? Jungs. Ja, ja, ja. Jungs, komm mal her. Ich pass es ja nicht. Ja, ich komm mal, ich komm mal. Also, wir haben es jetzt sechs oder sieben Mal gefunden schon. Das ist hier die Sanitäterweste. Damit könnt ihr eure Teammates zum Beispiel schneller reviven. Und euer Leben lädt sich schneller auf. Und ich habe gerade die Tarnweste. Das ist automatisch Geist, ohne dass ich Perks habe. Ah. Ach, ich bin tot. Schade. Was passiert gerade? Was war das? Was haben wir gerade gemacht? Ich bin komplett im Gulag. Ich bin tot. Ich war auch im Gulag. Bis gleich, Jungs. Ähm. Das ist ruckend komplett. Ich habe Steine. Du kannst Steine haben. Ich schlage den zusammen hier, den Gewehrtag. Lass den Gewehrtag zusammenschlagen. Grillen und einen reinträgen. Wicht und richtig. Ich glaube, das überlebe ich nicht, oder? Bin ich schneller? Ah, nice. Das ist geisteskrank, Chat. Mit wie? Okay. Also überall auf der Minimap wird dann, glaube ich, angezeigt, wer alles Temp-V hat, wenn ich das richtig sehe. Also so als Warnung. Also Temp-V ist unfassbar oft. Jungs? Ich bin gefinished worden. Im Gulag. Ich wurde gerade gefinished. Nein, Max auch. Ihr wurdet beide gefinished? Was habe ich jetzt? Ich habe wieder Laseraugen. Aber ich will diesen Schwung machen. Aber ihr seid jetzt wieder im Gulag, oder was? Max ist voll müde. Ich liege im Gulag tot. Ich glaube aber, du kommst wieder. Also Max war auch schon tot. Ich glaube, wenn du ausflutest, kommst du ins Gulag wieder. Wieder Temp-V. Ah, wofür ist das? Es ist in jeder Knister Temp-V. Du kannst ja hier auch stacken. Jetzt habe ich den Supersprung. Ich habe den Supersprung. Mach mal. Oh, mach mal. Ich gucke von unten. Äh, von oben. Ich glaube, hier oben ist aber jemand. Ja, ich sehe oben keinen. Halte, um den Schwung aufzuladen. Einfach beide Tasten drückt halten. Oh mein Gott. Niemals. Kannst du nochmal? Ja. Ja, kann ich. Oh, Supersprung. Aber man sieht die ganze Zeit auf der Map, dass es aktiv ist. Jeder hat es einfach. Das FBS-A hat unerlaubte Subaktivität im Gebiet festgestellt. Jeder hat die Superkraft. Ich kann Fallschirm öffnen. Ich habe immer noch den Supersprung. Ist der komplett? Ich habe ihn immer noch. Momentlich. Er muss nur aufladen und er hat einen Timer und ich habe keinen Fallschaden. Ähm. Er hat nur einen Cooldown. Dann ernst gerade? Und selbst wenn ich vom Dach runterspringe, habe ich keinen Fallschirm ohne den Supersprung. Es ist so geil, Max, by the way. Ja, also ich verstehe es. Ich bin so froh, dass ich jetzt Partial Controller spiele. Sonst würde ich wirklich weinen einfach. Äh, Leserungen. Hat der Temp-V gedroppt? Ich nehme jetzt auch mal Birdseye, damit ich Dings cover. Ich habe den Supersprung. Warte, ich würde auch mal machen. Mal hat es dir das Geist gestört. Du kannst es immer wieder machen. Du kannst es immer wieder machen. Der hält ja voll lange. Ich habe, glaube ich, achtmal gerade den Sprung gehabt. Ich habe wieder Temp-V. Das ist nicht zu fassen. Schwimmen wir noch COD? Ich hätte auch gerne mal wieder. Schwimmen wir noch bei COD? Elektrische Entladung. Wie oft hat man die viermal, oder was? Kiste, Kiste. Ja, viermal. Sind wir... Das ist... Ist es die Wende, oder ist es jetzt die ganze Season drin? Das ist... Ich meine, das ist ganz klassische Feldausrüstung. Bleiben die Legs auch die ganze Season? Das ist auch ein Feature, ja. Ah, ich habe Temp-V gefunden. Erste Kiste, die ich aufgemacht habe. So, was geht? Supersprung, ich habe es auch. Jeden Modus drin. Außer Rank, ja. Aha. Ja, mhm. Warte, es meldet sich ja Inseln auf. Ja. Was ist das für ein geistesganges Movement? Oh, nochmal. Das ist ja geiler als das Zombie-Event. Weil du das Inseln wieder hast. Mitgenommen. Ey, du kannst ja einfach die ganze Zeit springen. Nein. Also wenn ich den jetzt fighte, dann bekomme ich einen Finisher, oder was? Nein. Oh mein Gott. Oh, Leis und Dinkel. Ist das geil. Also wenn es ein Modus wäre, so ein Einzelner fände ich es cool. Aber dass es jetzt überall ist, weiß ich nicht. Wenn es in einem Modus wäre, wäre es ja auch cool, in einem Event so. Aber das ist... Okay. Okay. Okay, Gulag finde ich aber nice. Ja, der ist cool. Hast du auch gut gemacht. Äh, ich habe Max... Ich bin stolz, guck mal auf Scoreboard. Oh, stark. Alter, Max. Äh. 9 Kills mit Aim Assist, musst du ja sehr schwer sein. Max hat 6.300. Dann hol ich Max. Ich habe mehr, ich habe mehr, ich habe mehr. Nee. Mein Geld steht ja nicht. Nein, du hast 3,5. Nein, ich habe 3,7. Ich habe trotzdem mehr. Ich glaube, man hat Geld direkt Phil am Shop. Da kann Max mich direkt holen. Er kann dich so oder so holen. Er hat das 6K, er stand doch da gerade. Du bist so ein Bubble-Kopf, Matze. Ey, man hat sich schon da ein bisschen zu viel cooler gedrückt. Ich habe, nein, ich habe, da, ich habe einfach, das, nein, 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 also das müssen die nerven. Ich verstehe. Ich habe mir zwei jetzt reingedrückt, tatsächlich, ich habe mir Überdosisdreck gespritzt, wie, wie heißt der, Teleportion, wie heißt nochmal The Flash, ne? Warte, kannst du mir das einmal zeigen? Äh, ja. Okay, bist du ready? Ich weiß nicht, da, wo man hinguckt. Wo bist du hin? Matze, Teleportierst du dich auch, ey? Wo ist Phil? Ich werde einfach geisteskrank geschlachtet jetzt. Hä? Wo ist Phil? Ich bin in der Luft. Wo ist Phil? Ich bin in der Luft. Ich kann das nicht mehr. Nein, ich sterbe. Er ist wirklich in der Luft. Ach, Mann. Warte, kannst du das nochmal? Drück dich raus, drück dich raus. Ne, ne. Wie bist du in der Luft, hä? Was haben die mit Warze gemacht? Ich habe mich einfach in die Luft teleportiert. Ich fasse es nicht. Ist das geil. Ich hätte echt gedacht, es dauert jetzt ein bisschen, bis man das überhaupt findet. Wir finden es in jeder Kiste. In jeder. Mir tut alles weh, Chad. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Es kracht und pfeift. Komm ich an allen. Kann ich ein Rebuy schnell gleich? Ja, ja. Ich will nicht. Ah, fuck. Ich muss erstmal. Scheiß, das war dran. Aber ein Ranked ist halt nicht, ne? Ja, aber als ob du einziger Modus, der schon noch zockt, kannst Ranked ist. So, du willst einfach in Spannung spielen, du musst Ranked spielen. Ich habe mich selber geknallt. Also, man kann ja nicht so blöd sein. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Komm ich da nicht dran? Ne. Können sich kaputt machen. Perfekt. Also. Ich habe Teleportation. Also, ich schätze aber schon, dass es jetzt einfach ein paar Wochen ist und zu Season 5 dann wieder weg. Ja. Ja. Hm. Aber selbst ein paar Wochen ist schon zu viel. Ja, ja. Also, es müsste halt eigentlich so ein Event sein. Halt so eine Playlist, wo das geil ist. Und nicht jeder, absolut jeder Modus irgendwie. Weil so vom Ding her, ich merke halt so, man kann damit Spielspaß haben, aber... Langfristig muss das jetzt nicht sein. Das ist auf jeden Fall so ein Fun. Also, es wäre jetzt so ein richtiger geiler Fun-Modi, wo du Spaß haben kannst. Ja, genau. Aber wie wirst du normal... Also, du kannst ja nicht normal zocken, so. So wie der April-Modus halt, irgendwie, ne? Ja, genau. Oder der Zombie-Modus. War auch geil für ein paar Tage, irgendwie, dann... Oder der Zombie-Modus. Aber jetzt kannst du ja wirklich... Also, wenn du normal spielen möchtest, hast du ja keine Chance zu spielen. Heißt halt wieder anpassen. Ne? Sagen die Entwickler sich. In einem Loch könnte ich alles verlieren, deshalb bleib ich bei dir.